Guten Tag, liebe Schachfreunde! Mein Name ist Eugen Grinis. Herzlich Willkommen bei der Eugen Grinis Schachschule, der kostenlosen Internet-Schachschule für diejenigen, die besser Schach spielen möchten. Das heutige Video ist für die Schachanfänger bestimmt, die alle meinen Videos für Anfänger schon gesehen haben, aber auch für die anderen Schachspieler, die sich für Schacheröffnungen interessieren. Diese Videos für Anfänger finden Sie in Playlist Schach für Anfänger. Den entsprechenden Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video, wenn Sie sich mehr von der Beschreibung anzeigen lassen. Dort finden Sie auch andere interessante Links zu meiner Website www.grinis.de Heute zeige ich Ihnen eine kurze, aber lehrreiche Partie, wo eine Eröffnungsfalle eingetreten ist. Diese Partie wurde in Frankreich 2005 zwischen zwei Klubspielern gespielt, wobei der schwarze Spieler nach L.O. etwas stärkere. Die Partie begann mit der slavischen Verteidigung. Das ist die sogenannte schlawische Verteidigung. Schwarz verteidigt seinen Zentrumsbauern D5 mit dem C6-Bauern, ohne seinen Läufer C8 einzusperren. Springe F3, springe F6, springe C3, D schlägt C4. Schwarz schlägt den Bauern auf C4, um ihn gegebenenfalls beizubehalten. Er geht davon aus, dass Weiß, um den Bauern zurückzuerobern, einige Tempe verlieren muss, die Schwarz für seine Entwicklung nutzen könnte. A4, um den Zug B7, B5 zu verhindern. Läufer F5 Schwarz entwickelt seinen weißfeldigen Läufer, was in anderen Damenbauern Spielen nicht so eine leichte Aufgabe ist. Springe E5, wurde gespielt. E3, hier ist die Hauptvariante. Springe E5. Springe D7, Springe schlägt C4. E6. Hier ist Dama C7 besser. E6, E6, Weiß spielt F3. Weiß will ein starkes Bauernzentrum aufzubauen, da dem Schwarzen der Zentrumsbauer D5 fällt. Deshalb spielte er vorher Springe E5. Läufer B4. Schwarz fesselt den Springer C3 mit dem Läufer. Gleichzeitig besetzt der Läufer ein sicheres Feld, das nach dem vorherigen Zug A2, A4 etwas geschwächt ist. E4. Mit diesem Zug laden die Weißen den Gegner zum energischen Handel ein. Es sieht so aus, dass Schwarz eine Figur für zwei Bauern opfern kann, um einen Königsangriff zu starten. Springe schlägt E4. Richtig war Läufer G6. Springe schlägt E4. Bauer schlägt Springer. Dama H4 Schach. Und in der Partie hat Weiß hier König D2 gespielt. Hier ist eine Aufgabe für Sie. Was wäre nach G3 passiert? Bitte pausieren Sie hier das Video, um nachzudenken. Wenn Sie das Video weiterlaufen lassen, werden Sie von mir die Antwort erfahren. Nach G3 spielt Weiß. Dama schlägt E4 Schach. Die Dame kann nicht von dem Springer geschlagen werden, weil der Springer gefesselt ist. Nach Dame E2 schlägt Schwarz den Türm und hat einen entscheidenden Vorteil. Und jetzt noch eine Aufgabe für Sie. Was wäre nach König E2 passiert? Bitte pausieren Sie hier wieder das Video, um nachzudenken. Wie würden Sie hier für Schwarz fortsetzen? Nach König E2 spielt Schwarz Läufer G4 Schach. Und nach König D2 Läufer schlägt Dame. Und Schwarz gewinnt. Deshalb hat Weiß in der Partie König D2 gespielt. Und Schwarz spielt Dame schlägt E4. Als Schwarz sich für ein Springer Opfer entschieden hatte, hat er diese Stellung als günstig für sich beurteilt. Der gegnerische König ist im Zentrum geblieben. Es droht Dame schlägt D4 Schach. Der Springer C3 kann die Dame immer noch nicht schlagen, da er von dem Läufer B4 gefesselt ist. In Wirklichkeit hat Schwarz in eine Falle geraten. Die Partie dauerte nur einen Zug. Bitte pausieren Sie hier das Video, um nachzudenken. Wie hat Weiß hier gespielt? Wie würden Sie hier anstelle von Weiß fortsetzen? Statt Dame schlägt D4, Besser war Läufer schlägt D4, obwohl Weiß einen Vorteil hätte. Zum Beispiel Dame E1. Dame schlägt E1, König schlägt E1, und Weiß hat einen Springer für zwei Bauern. Nach Dame schlägt D4, spielte Weiß Springer D6 Schach. Nach diesem Zug gab Schwarz auf. Das ist eine Springer Gabel. Wenn der Läufer B4 den Springer schlägt, wird der Springer C3 nicht mehr gefesselt. Weiß lenkt den Läufer B4 von seiner vorherigen Aufgabe ab und gewinnt. Nach Läufer schlägt D4, folgt Springer schlägt Dame auf E4. Weiß gewinnt die Dame und hat deshalb eine gewonnene Stellung. Das war mein Video für Anfänge über eine Eröffnungsfalle in der slavischen Verteidigung. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Falls es so ist, abonnieren Sie meinen Kanal und schreiben Sie bitte Ihre Kommentare zum Video auf YouTube. Das ist für die Populärität des Videos wichtig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.